Ist das unsere erste Mahlzeit? Das ist großartig. Wow, der Kuchen. Er ist riesig. Ich wünschte, ich hätte einen Bissen. Ich kann es kaum bei mir aushalten. Beeilen wir uns und probieren wir ihn aus. Nimm dir Zeit, Julie. Wir haben uns unsere Karten noch nicht angesehen. Hier, nimm die. Alex, du hast recht. Fanden wir mit Ihnen an. Fantastisch. Ich kann den Kuchen lecken. Und ich darf einen Bissen davon nehmen? Es scheint, dass ich nichts tun darf. Verdammt. Aber das lasse ich nicht so. Lass mir wenigstens die Creme probieren. Das ist gegen die Regeln, Julie. Das darfst du nicht tun. Lecker. Wage es nicht, das nochmal zu tun. Sonst habe ich nichts zu lecken. Super. Es ist wirklich köstlich. Ich will mehr. Wow, das ist eine Menge Sahne. Du kannst es endlos lecken. Das ist genug, Alex. Jetzt bin ich dran. Nila hat recht. Du hast für heute genug gehabt. Ich habe mir die Nase mit Sahne eingeschmiert. Das ist auch praktisch. Ich werde noch ein bisschen zu essen haben. Ich weiß nicht, was dich betrifft. Aber ich habe auf jeden Fall was zu essen. Gut, das ist so lecker. Jetzt kann ich mich definitiv nicht mehr aufhalten. Ich kann es nicht ertragen, was zu sehen. Wir müssen eingreifen, bevor sie den ganzen Kuchen aufisst. Gib es uns bitte. Nein, natürlich nicht. Ich teile nicht. Ach so. Dann nimm das, Mila. Lass mich los, Alex. Du hast überall Sahne auf deinem Gesicht. Das ist nicht lustig. Jetzt bekommst du auch noch etwas Süßes. Das ist es doch, was ihr wolltet, oder? Du hast Juli genau ins Auge getroffen. Das ist witzig. Was glaubst du, was du da tust, Mila? Ihr wolltet selbst das. Lasst uns weitermachen. Wir haben ein neues Gericht. Diesmal muss ich es öffnen. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Es ist ein Kaktus. Es sieht fantastisch aus. Ich fürchte, er ist zu stachelig. Oh ja, wie schmerzhaft. Du hättest den Kaktus nicht mehr deinen Händen anfassen dürfen. Gut, dass ich ein Pflaster habe. Wir sollten deinen Finger abkleben. Na los. Danke vielmals. Und was würde ich ohne sich tun, Alex? Na also, so ist es schon viel besser. Hol die Karten, Mädels. Fantastisch. Ich werde den Kaktus nicht anfassen müssen. Nicht schon wieder. Ich muss es ablecken. Und ich muss zu beißen. Das würde ich gerne sehen. Mach weiter, Mila. Oh nein, das solltest du lieber tun. Ich bin bereit, mit dir hinzugeben. Und ich bin bereit für dich. Los. Jetzt reicht es aber. Mein Kopf ist dabei, sich in zwei Händen zu teilen. Spielt schnickstark schnuck und entscheidet, so wer anfängt. Und das ist keine schlechte Idee. Versuchen wir es, Juli. Toll, ich habe gewonnen. Du fängst an. Alex, warum hast du das überhaupt vorgeschlagen? Wir hätten es auch ohne dich geschafft. Das tut weh. Ich habe mich auf der ganzen Zunge gekratzt. Was für ein Albtraum. Ich habe euch nur eine Strahl gespielt und ihr habt mir geglaubt. Das ist nicht lustig, Juli. Leg es noch einmal. Nicht schon wieder? Moment mal, ich habe eine Idee. Wir müssen den Kaktus rasieren, dann ist er nicht mehr gefährlich. Ich denke, dieser Modus ist zu schwach. Ich schalte den Turbo-Modus an. Großartig, das funktioniert bei mir. Auf diese Weise kann ich definitiv mit den Nadeln umgehen. Leute, seht mal, es klappt. Ich könnte ein Kaktusfriseur sein. Jetzt reicht es aber. Alle Nadeln fliegen auf uns zu. Fertig? Was habt ihr vorhin gesagt? Ups, wird beinlich. Tut mir leid. Stimmt. Komm schon, leg endlich den Kaktus. Schon gut, schon gut. Aber bleibt ruhig. Es ist nicht schwer, die Aufgabe jetzt zu erledigen. Geschafft. Egal, wie sehr ich hinauszögere, ich bin jetzt dran. Ich muss es bald tun und dass wir einen schlechten Traum vergessen. Oh, sehr bitter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es ist so witzig, das zu sehen. Mila, was glaubst du, was fragst du da? Es tut mir leid, Alex. Ich konnte mich nicht aushalten. Das soll dir eine Lehre sein. Hier kommt unser neues Gericht. Ich will es öffnen. Es ist ein riesiger Chupa Chups. Fantastisch. Wow, der ist ja riesig. Ich hoffe, ich darf sie wenigstens ablecken. Lasst uns die Karten richtig mischen, damit es fair ist. Super, ich kann einen Lollipop essen. Na bitte, ich werde es nicht einmal versuchen. Juhu, ich darf den Lollipop ablecken. Das ist nicht fair. Hör auf, wütend zu sein, Mila. Das ist nicht hilfreich. Es ist bereits entschieden. Tut mir leid, Alex, aber ich fange an. In Ordnung, ich überlasse es euch. Aua, warum hast du die Packung an mich geworfen? Ich habe es einfach nie gemerkt. Julie kann nicht ein Karamellbonbon beißen. Was machst du denn da? Ich glaube, sie ist verrückt geworden. Du schaffst den Lollipop sowieso nicht zu zerbrechen. Das sehen wir mal. Ich hole mir einen Vorschlaghammer. Komm zur Vernunft, Julie, ich bitte dich. Nein, der Vorschlaghammer hat sich zerbrochen. Dein Plan ist völlig gescheitert. Gib mir den Lollipop. Ich weiß, wie man damit umgeht. Ich könnte ihn auch ablecken. Das war's. Es sieht so aus, als ob es noch eine Weile dauern wird. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht eine Manikü. Fertig. Was kommt als nächstes? Ich versuche, ein Nicker hinzumachen. Nein, es funktioniert nicht. Alex, wie lange dauert es noch? Wir müssen dir helfen. Mila, gib mir sofort meinen Lollipop zurück. Bitte sehr. Ich wollte ihn nicht wegnehmen. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen. Was für ein cooler Apparat. Auf diese Weise kann ich viel schneller Karamell essen. Oh, cool. Es schrumpft. Da habe ich erst nicht mehr viel übrig. Das kann ich beißen. Gib mir den Lollipop. Er ist so klein. Sei dankbar, dass er wenigstens noch da ist. Vielen Dank, Alex. Was ist das? Hier ist noch etwas anderes drin als Karamell. Ich habe es. Das ist Kaugumme. Schön. Na bitte. Ich hätte es haben können. Juli, du solltest lieber nicht so große Seifenblasen machen. Oh nein, die Blase ist geplatzt. Alex, es sieht so aus, als hättest du recht gehabt. Juli hat sich im Kaugumme verheddert. Findet er nicht auch, dass es etwas stinkt? Ich glaube, der Gestank kommt unter dem Deckel hervor. Igitt, Juli, du hast recht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da drin ist. Was für ein stinkender Fisch. Aber irgendjemand muss diesen Fisch ja trotzdem probieren. Also fangen wir besser bald an. Oh nein, ich sollte es ablecken. Und ich soll ihn beißen. Gut, ich bin die Glückste. Au, mein Kopf. Es gibt keinen Grund, sich zu freuen, Mila. Wenn du so nervös bist, Alex, lass mich anfangen. Igitt, ich bleibe lieber weit von diesem Fisch. Hast du deine Meinung geändert? So geht es nicht. Okay, okay, wir müssen uns an die Regeln halten. Nein, ich habe meine Meinung geändert. Ich würde lieber den Fisch nicht ablecken. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Aber ich bin kein Angsthase. Ich versuche es wieder. Alex, lass mich los! Ich helfe dir nun dabei, die Aufgabe zu erfüllen. Ich habe dich nicht gebeten, mir zu helfen. Okay, jetzt bist du dran. Und damit kommst du definitiv nicht durch. Warum hast du das getan, Juli? Ekelregend. Jetzt zieht mir gut, Alex. Hier kommt die geliebte Schule. Na, endlich sind wir umgezogen. Aber was ist das denn für ein Albtraum? Das sind ja eklige Kakerlaken. Und alles ist kaputt. Ich will hier nicht wohnen. Ah! Schau dir diese riesigen Kakerlaken an, die auf meinem Bett herumkrabbeln. Ich glaube, ich weiß, was ich tun kann. Ich werde mir einfach neue Möbel bestellen. Ich werde mir so ein Zimmer machen. Schau dir das an, Wednesday. Gefällt es dir? Oh, ist das grell. Ich werde doch blind. Nimm das bloß weg. Mein Zimmer wird so aussehen. Das ist so voll langweilig und düster. Nein, das ist stilvoll. Ich werde mir eine Menge cooler Sachen kaufen. Oh, da klingelt jemand an der Tür. Ich gehe ran. Ich wette, das ist meine Bestellung. Bitte komm rein. Oh, meine Regale. Guten Tag, kommen Sie hier entlang? Oh, ich bin so glücklich. Was für ein wunderschönes weißes Regal. Ich kann hier so viel Zeug reinstecken. Das Bett für Mademoiselle ist fertig. Die Spielsachen sind auch aufgeräumt. Der letzte Schliff. Und hier noch die Fische. Und dieses Bild aufhängen. Die Kissen. Fertig. Super, danke schön. Tschüss. Ihr seid großartige Meister. Jetzt ist das ein wunderschönes Zimmer. Ich bin so glücklich. Hör endlich auf damit. Ich bin unterwegs in die Welt von Farben und Schönheit. Ich werde alles selber machen. Was für ein schönes Kissen. Was macht sie denn da? Ich muss das Gebiet abstecken. Erledigt. Was ist das? Mein Gebiet nicht betreten. Eiskaltes Händchen? Bring mir die Kiste. Beeil dich. Ich habe eine Menge Arbeit vor mir. Na endlich. Der Deckel kommt weg. Was haben wir hier? Hm, schwarze Bretter. Was wir brauchen. Wo kommt dieser Lärm her? Das werfe ich erstmal hier hin. Ich brauche das hier. Händchen, steig in die Kiste und hol den Bohrer. Na komm schon. Ich werde hier alles bohren. Aha, und nochmal. Na also. Ich bin ein echter Handwerker. Hey, gib mir bitte den Hefter. Dankeschön. Ich mache mir einen Baldachin über dem Bett. Das dauert nur ein paar Minuten. Genial. Und jetzt Dekoration. Ich nehme mir etwas Pappe und klebe sie an die Wand. Außerdem nehme ich mir eine Lampe. Die klebe ich auch an die Wand. Händchen. Na komm schon. Na was machst du denn da? Steckst du etwa fest? Händchen. Stimmt alles? Okay, ich schaffe das selber. Hier, geh mal spazieren. Ich hole mir etwas Kunststoff. Und klebe ihn hier hin. Genau so wollte ich es. Wunderschön. Weiche Wand. Jetzt nur noch das letzte Stück. Irgendwas fehlt hier. Hey, Händchen. Ah, das hast du dir gut überlegt. Ich brauche diese Farbdose. Oh ja, jetzt sieht das wunderschön aus. Hilf mir bitte, die Wand zu streichen. Ich muss nur noch die Vorhänge aufhängen. Und mein wunderschönes, düsteres, leuchtendes Zimmer ist fertig. Oh, das sieht ja richtig gruselig aus. Noch ein bisschen Dekoration. Schöne schwarze Sachen. Und ein Globus. Und hier kommt meine düstere Schaukel drauf. Einfach nur genial. Gefällt mir. Was sind das denn für schreckliche Geräusche? Oh, Wednesday spielt schon wieder. Na gut, dann hole ich mir eben mein Mikrofon. Und meinen Lautsprecher. Mein wunderschönes rosa Mikrofon. Jetzt werde ich mein Lieblingslied singen. Es funktioniert. Was macht die denn da? Ich weiß, wie ich das beseitigen kann. Ich liebe die Musik. Wieso ist das Licht ausgegangen? Was ist passiert? Ich tanze meinen Lieblingstanz, meinen düster Tanz. Das ist der Grund. Na gut, warte mal einen Moment. Hä, schon wieder ist das Licht an? Ja, so gefällt's mir. Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her. Wir müssen was dagegen tun. Was? Hey, nein. Fass den Hebel nicht an. Ich lass das nicht zu. Lass los, Händchen. Lass ihn in Ruhe, bitte. Nein. Nein. Oh, nein. Er wird doch gleich ertrinken. Ich bitte dich. Bloß nicht schreien. Wir müssen ihn retten. Er ist ertrunken. Jetzt keine Panik. Es geht ihm gut. Siehst du? Es freut mich so sehr, dass es ihm gut geht. Jetzt sind meine Hände nass. Oh, was für ein toller Zauberwürfel. Und ich hab es geschafft, ihn zusammenzusetzen. Aber jetzt hab ich Hunger. Ich glaube, ich bestell mir was Leckeres. Super, es wird bald hier sein. Oh, da sind die ja schon. Ja, ja, ja. Hier ist meine Bestellung. Hallo, kommen Sie rein? Bitte stellen Sie meinen. Kühlschrank? Hier hin. Auf Wiedersehen. Oh, du bist ja süß. Mal sehen, was da drin ist. Oh ja, alles, was ich bestellt habe. Das sind meine Lieblingsgummibärchen. Die schmecken ja gut. Mega lecker. Ich liebe es. Ich bin auch hungrig. Händchen. Ich will was essen. Bring mir was. Was schläppst du denn da? Was ist das denn? Ich hoffe, das ist Tomatensaft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und was ist das? Oh ja, genau das Richtige. Lecker schmecker Glotzer. Ich liebe die Dinger. Ich habe mir was überlegt. Ich werde Annett einen Streich spielen. Hey, Annett. Oh, voll lecker. Was ist denn? Ach, du meine Güte. Schau mal, ich esse meine Augen. Ah, Wednesday, was ist mit dir los? Gleich werde ich deine Augen essen. Du machst mir doch Angst. Ja, ich habe dir nur einen Scherz gespielt. Wie auch immer, das war nicht lustig. Ich werde meine Gummibärchen aufessen. Yeah, hier habe ich alles für eine Disco. Die Disco-Kugel ist so cool. Ich werde bis zum Morgen tanzen. Oh, so viel Licht. Ich werde dich hier aufhängen. Einfach nur toll. Und das ist meine wunderschöne Lampe. Hier hänge ich noch ein paar Lampen auf. Und jetzt kann ich das alles einschalten. Yeah, ich mache eine super Disco. Jetzt muss ich meine Freunde anrufen. Hallo, Leute. Schaut mal. Ich schmeiße hier eine Party. Ihr müsst unbedingt vorbeikommen. Da sind die ja schon. Ich mache die Tür auf. Schaut doch nur, wie schön es hier aussieht. Gefällt es euch? Hier habe ich eine Disco-Kugel. Oh, super. Wir müssen ein Foto machen. Und noch ein Selfie. Yeah, das macht voll viel Spaß. Wir tanzen bis zum Umfallen. Was ist denn da draußen los? Das ist voll beängstigend. Aber lass uns einen Blick drauf werfen. Was wartet denn da auf uns? Was wollt ihr denn? Ah, das ist ein Geist. Nichts wie weg hier. Ich bleibe lieber hier. Ich hätte mir das nicht ansehen sollen. Ich habe hier einen Spiegel und einen coolen rosa Lippenstift. Gleich werde ich mich schminken. Jetzt sehe ich noch viel hübscher aus. Hey, was machst du denn da? Ah, du spielst? Geht es dir gut? Gehst du jetzt nach Hause? Na gut. Ich muss meinen Roman bis zum Abgabetermin fertigstellen. Es ist nicht mehr viel übrig. Nur noch ein paar Kapitel und dann kann ich ihn an den Verlag schicken. Eiskaltes Händchen, lass mich los. Na, was willst du denn? Lass mich mal schauen. Nein, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Mach eine Fliege, geh spazieren. Ah, was für tolle, bunte Lidschatten. Hä, was ist das denn? Händchen, was ist passiert? Sie hat mich rausgeschmissen? Hey, hör auf! Lass meine Haare los! Oh, wieso kann ich mich nicht einfach konzentrieren? Wollt ihr mich etwa ablenken? Na, warte. Komm mal her, du Kleiner. Hey, du Schlingel. Ich werde dich in diesen Käfig stecken. Ach, du Armer. Komm schon, bitte lass ihn raus. Er ist doch voll süß. Komm mal her, ich werde dich rauslassen. Hey! Lass uns nicht mehr streiten, okay? High five! Yes! Mach's gut! Ich bin froh, vielen Dank. Lass mich. Penzee, du bist so ein Schatz. Danke schön. Was für schöne Torten. Ich bin bereit, das Dekor für meine auszuwählen. Wow, die Gummiwürmer sind toll. Lila, sieh nur, wie viele es gibt. Jetzt bist du an der Reihe, das Rad zu drehen. Ich fürchte, ich werde etwas weniger Läckeres bekommen. Ich wusste es. Echte Würmer sind eklig. Evid, sie sind so hässlich. Sie kann ich nicht auf meine Torte legen. Es lässt sich nicht ändern, ob du willst oder nicht. Du musst es tun. Ich schließe meine Augen, um es nicht sehen zu können. Mami, sie bewegen sich, das ist so schrecklich. Warum nimmst du so wenig? Du musst alles einbauen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so grausam bist, Kate. Ich dachte, du wärst meine Freundin. Ja, das ist nicht der beste Anblick, aber das ist nicht meine Schuld. So sind die Regeln. Ich will es nicht in den Mund nehmen. Die Würmer werden sich bewegen. Das kann ich sicher nicht überleben. Das ist ekelhaft. Ich muss sofort eine andere Torte essen. Iggy, es ist immer noch eklig. Sie schmeckt noch nach Würmern. Ich glaube, da krabbeln etwas auf meinem Gesicht. Oh nein! Noch Würmer. Ich bin schon satt. Sie krabbeln sogar in mein Haar. Wann wird das enden? Könntest du vorsichtiger sein? Ein Wurm ist mir direkt unter die Nase vorbeigeflogen. Gut, dass du alles aufgegessen hast. Und jetzt bin ich mit meinen Wurmwürmer dran. Eine bessere Dekoration kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass sie meine Torte nicht nur dekorieren, sondern auch viel besser schmecken lassen. Sieh nur, wie hübsch sie sind. Es sieht wirklich entstammelig aus. Und wie köstlich es ist, kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte eine ganze Torte auf einmal essen. Eine bessere Kombination kann ich nicht mehr vorstellen. Kate, könntest du mir eine Freude machen? Gibst du mir wenigstens ein Stück ab? Bitte! Du sagst Quatsch. Darauf brauchst du nicht einmal zu hoffen. Eine andere Antwort habe ich nicht erwartet. Okay, ich werde dir eine Lektion erteilen, Freundin. Was ist das? Ein Angriff? Ich kann für meine Torte entstehen. Mal sehen, wer sich als Stärke erweist. Verteilige dich. Verteilige dich selbst. Ich weiß, wie man anreift. Das ist ein ganz schöner Schlag. Du bist sehr gut im Kämpfen. Ich bin bereit, alles für die Torte zu tun. Ich habe verloren. Ich darf die Torte nicht probieren. Daran werde ich dich erinnern. Ich habe einen neuen Plan. Was machst du da, Mila? Jetzt gehört die ganze Torte definitiv dir. Na, das ist doch perfekt. Schlammig. Ich bin bereit, das Rad wiederzudrehen. Das wird mich wegwehen. Was für ein starker Wind. Oh nein, das kann nicht sein. Das sind die Chilischotten. Ähnlich hast du etwas Äckliges, nichts Süßes. Mal sehen, wie du es schaffst. Ich bin sicher, dass das Glück dieses Mal auf meiner Seite ist. Du hast Kaugummiaugen. Das ist nicht fair. Warum denn? Das ist gerecht. Das Schicksal hat entschieden. Schau mal, wie gut die Kaugummiaugen auf meiner Torte aussehen. Oh mein Gott, das ist die beste Kombination. An diese Torte werde ich mich immer erinnern. Ich möchte es auch probieren. Niemals. Du hast mit mir nichts getan. Und ich werde es auch nicht tun. Bist du verrückt? Du hast mir fast verletzt. Jetzt wirst du sicher nicht mehr meine Torte anfassen. Und wozu brauche ich diese Gabel? Ich esse sie mit den Händen. So schmeckt sie besser. Und außerdem kann man viel mehr auf einmal in den Mund nehmen. Ich kann mir nur vorstellen, wie köstlich das ist. Da wird ein Traum wahr. Du hast recht. Aber es gibt einen Nachteil. Es ist zu schnell ausgegangen. Es ist nur noch ein Kaugummiauge übrig. Ich werfe es hoch und fange mit dem Mund auf. Oh nein, das habe ich verfehlt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ein wahres Geschenk des Schicksals. Ich habe es geschafft, die Weingummi doch noch zu probieren. Und jetzt isst deine Chili-Torte. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Okay, ich fange mit der Dekoration an. Übrigens ist es ganz gut gelungen. Schau mal, wie gut diese Farben zusammenpassen. Jetzt sag mir, wie deine Toilette schmeckt. Ich könnte ohne das leben. Es scheint, ich muss es tun. Ich spüre schon etwas Scharfes. Ich mag kein Chili. Warum so wenig? Nimm mehr Stücke auf einmal. Du wirst sehen, es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Versuche nicht, mich zu verwöhnen. Isst alles auf. Alles. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Oh nein, ich glaube, Feuer kommt. Mami, ich brenne. Vielleicht hätte ich es doch übertrieben, sie den ganzen Pfeffer essen zu lassen. Warte, Kate, ich hole dir etwas Wasser. Das hilft sehr. Ich danke dir. Ich bin jetzt an der Reihe, das Rad zu drehen. Kaktus? Wow. Aber es ist stachelig. Wie soll ich das essen? Warte eine Sekunde. Ich glaube, da war ein Fehler. Das Rad ist auf dem Kummer stehen geblieben. Also gut, es gibt keine Möglichkeit zu schummeln. Stimmt, mich kannst du nicht täuschen. Jetzt drehe ich das Rad. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich etwas Leckeres bekommen werde. Kaugummi, mein Bauchgefühl hat recht. Wow, so viele Sorten. Du hättest mir wenigstens einen von ihnen geben können? Niemals. Ich möchte sie alle selbst ausprobieren. Ich denke, wenn man die Farben kombiniert, wird es sehr hübsch und hell. Gott, das riecht lecker. Ich kann mich kaum zurückhalten, es zu essen. Es ist wirklich toll geworden. So eine Torte würde ich auch gerne mal haben. Man muss nicht alle Kaugummis für die Dekoration verwenden. Man kann sie auch einfach so essen. Du hast recht. Schau. Ich habe ein Herz. Wow, das ist wirklich schön. Ich denke, es würde die ganze Komposition perfekt abschließen. Das ist genial. Du bist eine wunderbare Dekorationerin. Danke dir. Der große Moment ist Ende gekommen. Ich kann ausprobieren, was ich gemacht habe. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es wahnsinnig lecker ist. Oh ja, du hast hundertprozentig recht. Ich werde nicht aufhören, bis ich alles aufgegessen habe. Peter, du bist total schmutzig. Wo sind deine Manieren? Gib es zu, du bist einfach neidisch auf mich. Ich hatte ganz vergessen, dass man aus Kaugummi Seifenblasen machen kann. Vielleicht hörst du auf. Diese Blase macht mir Angst. Sie ist wirklich groß. Alles. Ich muss jetzt aufhören. Entschuldigung. Was hast du getan, Mila? Ich bin ganz schmutzig. Das ist ungeheuerlich. Aber es ist deine eigene Schuld. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören. Aua. Was für ein stacheliger Kaktus. Ich kann es nicht essen. Denke dich etwas aus. Das ist dein Problem. Ich habe eine Idee. Und ich werde versuchen, sie zu verwirklichen. Ich fühlte, diese Schere wird nicht funktionieren. Ich brauche etwas Kleineres. Diese ist auch zu groß. Aber die Manikürsche ist genau richtig. Es ist an der Zeit, meinem Kaktus die Haare zu schneiden. Die Stacheln stehen nicht gut für ihn. Das war also dein Plan. Genial. Danke. Ich hoffe, ich kann jetzt meine Kaktusorte essen und mich nicht verletzen. Aber warum dauert es so lange? Ich schlafe schon ein. Wach auf. Was hast du gemacht? Ich habe mir wehgetan. Beeile dich, dekoriere deine Teute und iss schneller. Ich habe es verstanden. Ich muss meinen Kaktus reiben. Dann wird es viel bequemer sein, ihn zum Dekoration zu verwendet. Sieh nur, wie gleichmäßig die Schicht ist. Ich habe gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Jetzt ist die Zeit herausfinden, wie es schmeckt. Der Kaktus ist ein bisschen bitter, aber insgesamt schmeckt alles nicht schlecht. Das ist großartig.